Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, herzlich willkommen zum Sommersemester 2022 an der Universität Potsdam. Sie wissen, dass wir dieses Semester vornehmlich als Präsenzsemester ausgestalten möchten. Die Rahmenbedingungen erlauben uns, unsere Raumkapazitäten voll auszuschöpfen. Die einzige Einschränkung, wenn Sie so möchten, ist, dass weiterhin Maskenpflicht besteht. Bitte tragen Sie auf dem Campus eine OP-Maske, besser noch eine FFP2-Maske, die Sie und andere besser schützt. Erlauben Sie mir auch noch ein Wort zu dem Ukraine-Krieg und was diese furchtbare Situation für uns an der Universität Potsdam bedeutet. Wir tun, was wir können, um den Betroffenen zu helfen. Wir haben auch Spenden eingeworben. Vielen Dank allen, die hier beigetragen haben, die es uns erlauben, relativ unbürokratisch auch Hilfestellungen zu leisten. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an unser International Office oder an unser Welcome Center. Ich darf auch darauf hinweisen, dass unsere Mensen kostenlose Mittagessen für alle anbieten, die von dieser furchtbaren Situation betroffen sind. Ihnen, sofern Sie betroffen sind, alles Gute in dieser schwierigen Zeit. Dear Students, Dear Colleagues, Welcome to the Summer Semester 2022 at the University of Potsdam. You all know that we intend to conduct this semester mostly in face-to-face teaching formats. Things are looking good. The current regulations allow us to fully use our room capacities. The only restriction is that we all have to keep our masks on, at least a simple mask, even better an FFP2 mask that protects yourself and the people around you in a much better way. Otherwise, as I said, things are looking good. I hope to see many of you right here face-to-face on our campuses very shortly. Let me add one word about the Ukraine war and what it means to us here at the University of Potsdam. We try to help where we can. We have been able to acquire some donations, thanks to all of you who have contributed. With those donations, we can help quickly and without red tape. If you are affected by the war, please let us know. Please turn to our International Office or our Welcome Service. Those colleagues can help you with your needs. We can also offer free lunches to refugees, regardless whether they are students or faculty or not. and as I said, we wish you all the best in those difficult times.